Die Entwickler haben am Tag des Festival-Updates ebenfalls einen weiteren Entwickler-Livestream gestartet, in dem sie die Inhalte des nächsten Updates vorgestellt haben. In diesem Video möchte ich euch genau zusammenfassen, welche Neuerungen euch im Juli-Update für Die Sims 4 erwarten werden. Beginnen wir mit ein paar kleineren neuen Objekten, die mit dem kommenden Update ins Spiel gebracht werden. So können wir uns im Baumodus über diese neuen Gemälde freuen, die von Künstlern aus der LGBTQI-Plus-Community erstellt wurden. Auch im Erstelle 1-SIM-Modus wird es ein neues Objekt, nämlich diese neue Frisur geben. Sie ist aber keine Abwandlung oder Anpassung einer bereits vorhandenen Frisur, sondern komplett neu. Ebenfalls gehe ich mal davon aus, dass sie ebenfalls wieder für Kinder und Kleinkinder bereitstehen wird, auch wenn dies nicht explizit von den Entwicklern gesagt wurde. Nun aber zum neuen Gameplay. Mit dem nächsten Update bringen die Entwickler zwei neue, größere Interaktionen ins Spiel. Eine davon ist das Gruppenkochen, an dem auch Sims-Kinder teilnehmen können. Nachdem es vorher nur möglich war, alleine etwas zuzubereiten, können die Sims mit dem nächsten Update mit bis zu 5 Sims gemeinsam ein Gericht zubereiten, welches dadurch ebenfalls eine höhere Qualität erhält. Kinder erlernen beim Kochen die Motorikfähigkeit. Ebenfalls wird die Beziehung aller Sims zueinander gestärkt. Auch erhalten die Sims beim gemeinsamen Kochen ein neues Gefühl. Falls ihr es noch nicht wusstet, bisher war es für die Sims-Kinder noch nicht möglich zu kochen, diese Limitation wird also ebenfalls aufgehoben. Und die zweite Neuerung betrifft ebenfalls die Sims-Kinder. Wie man es auch schon im Landhausleben-Trailer erahnen konnte, werden die Sims-Kinder jetzt selbstständig gärtnern können. Kinder und Kleinkinder können ab sofort auch mit den Pflanzen reden. Hier stehen ein paar Auswahlmöglichkeiten wie, wie schmeckt die Sonne bereit? Erwachsene Sims mit einer hohen Gartenfähigkeit können ebenfalls Kindern das Gärtnern näher bringen, was auch die Motorikfähigkeit der Kinder stärkt. Eine kleine Änderung, die bei der Community ebenfalls ein wenig Aufruhr verursacht hat. Unten links in der Benutzeroberfläche hat sich auf den Entwickler-Screenshots ein kleines neues Symbol eingeschlichen, von dem man aktuell noch nicht genau weiß, um was es sich handelt. Eventuell wurde hier das Notizbuch, welches wir schon etwas länger im Spiel haben, hierhin verschoben. Oder hinter dem Symbol versteckt sich eine neue Funktionalität. Sobald wir hier mehr wissen, werde ich euch natürlich ebenfalls dazu informieren. Auch gehe ich davon aus, dass das Sehtool für alle Spieler ins Basisspiel gebracht wird. Etwas verwundert hat es mich aber, dass die Entwickler hierzu nichts im Livestream erwähnt haben. Was denkt ihr über das nächste Update? Freut ihr euch ebenfalls über die kleineren neuen Features? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.